Ja, wir grüßen euch herzlich. Wir wollen auch heute zusammen Gott loben und Gott preisen. Mitten in dieser Zeit, wo alles anders läuft, wollen wir die Gelegenheit nutzen, Gottes Name groß zu machen und euch mit hineinzunehmen in sein Lob, in sein Preis. Wir setzen unseren Fokus nicht auf Corona, nicht auf die Pandemie, sondern wir setzen unseren Fokus auf Jesus, der der Herr ist über allen Seiten, egal was um uns herum läuft, unser Blick bleibt fokussiert auf ihn, weil wir wissen, er ist bei uns auch jetzt. Amen. Deswegen wollen wir kurz beten und euch dann mit hineinnehmen in den Lobpreis. Herr Jesus, wir danken dir, dass du der Herr bist über allen Zeiten, dass du regierst von Ewigkeit zu Ewigkeit. Du bist der gleiche gestern, heute und in Ewigkeit. Und wir danken dir, dass dein Name höher ist und größer ist als der Name Corona. Denn du bist der Herr. Dir ist alle Macht gegeben im Himmel, auf Erden und unter der Erde. Darum bist du auch würdig zu nehmen, unseren Lob, unseren Preis, unsere Anbetung, mitten in diesen Zeiten. Komm, Geist Gottes, führe und leite uns heute. Wir wollen ganz nahe beim Herrn Jesus sein, auch in dieser Zeit des Lobpreises. Ich lobe und ich preise dich, Herr, dass du hier bist nach deinem Verhältnis. In Jesu Namen bitte ich. Amen. Amen. Wir singen zwei ganz neue Lieder, die ihr bestimmt noch nicht gehört habt, wenn ihr noch nicht in Eisis-Gottesdienst wart. Weil diese beiden Lieder hat der Herr uns gegeben in dieser Zeit. Die durften wir selber schreiben. Deswegen hört zu und werdet euch mit hineinnehmen und ihr seid eingeladen, einfach auch mit zu singen. Manchmal bleibe ich nicht, was soll nur alles geschieht. Sieh. Ich lese mal wieder. Ich lese mal wieder. Ich lese mal wieder. Es ist kein Ende zu dir. Ich hab die Erde gemeint, ich bin der Letzter und der Letzter. Ich hab die Erde gemeint, ich bin der Letzter und der Letzter. Ich hab die Erde gemeint, ich bin der Letzter. Ich hab die Erde gemeint, ich bin der Letzter. Ich hab die Erde gemeint, ich bin der Letzter. Ich bin der Letzter. Ich hab die Erde gemeint, ich bin der Letzter. Ich hab die Erde gemeint. Ich hab die Erde gemeint, ich bin der Letzter. Ich hab die Erde gemeint, ich bin der Letzter. Ich hab die Erde gemeint. Ich hab die Erde gemeint, ich bin der Letzter. Ich hab die Erde gemeint, ich bin der Letzter. Ich hab die Erde gemeint, ich bin der Letzter. Ich hab die Erde gemeint, ich bin der Letzter. Ich hab die Erde gemeint, ich bin der Letzter. Ich hab die Erde gemeint, ich bin der Letzter. Ich hab die Erde gemeint, ich bin der Letzter. Ich hab die Erde gemeint, ich bin der Letzter. Ich hab die Erde gemeint, ich bin der Letzter. Gebrauchte dich, der Jesus, du züge mich, der Jesus, du züge mich. Gebrauchte dich, der Jesus, du züge mich, der Jesus, du züge mich, der Jesus, du züge mich. Gebrauchte dich, der Jesus, du züge mich, der Jesus, du züge mich. Gebrauchte dich, der Jesus, du züge mich, der Jesus, du züge mich. Gebrauchte dich, der Jesus, du züge mich, der Jesus, du züge mich. Gebrauchte dich, der Jesus, du züge mich, der Jesus, du züge mich, der Jesus, du züge mich. bei uns. Wir danken dir und wir preisen dich für diese Gewissheit, Herr. Und wir wollen diese Zeit nutzen, Herr, um deinen Namen groß zu machen, um dich besser kennenzulernen, um nahe bei dir zu sein. Darum führe und leite du uns durch diese stürmischen Zeiten und auch alle, die jetzt zuhören, Herr. Danke, dass du bei uns bist. Amen. So, bevor wir jetzt zur Predigt gehen, werde ich auch noch einmal dafür beten, dass diese Nachricht uns alle segnet und wir sie verstehen können. Gott, ich danke dir für diese Möglichkeit, dass wir jetzt von deinem Worten lernen dürfen und ich bitte dich dafür, dass du uns jetzt gut zu verstehen und unsere Herzen öffnest dafür, was du uns mitteilen möchtest. Ich danke dir dafür, dass du jetzt dann bau Barbara auch Segen ist dafür, einfach gut die Nachricht weiterzugeben, dass du diese nächsten Zeit einfach Frucht bringen lässt. In diesem Namen. Amen. Wir grüßen euch in Jesus. Wir grüßen euch in Jesu Namen. Wir beschäftigen uns immer noch mit dem Thema guter Freitag, schlechter Freitag. Letzten Samstag hat meine Frau gesprochen über die Auferstehung Jesu. Wie die Frauen früh am Morgen zum Grab Jesu gegangen sind und ihn gesucht haben. Und wie sich dann der Engel ihnen gezeigt hat, sie waren so glücklich, zu sagen, Jesus ist auferstanden von den Toten. Das Grab ist leer. Diese Frauen haben nicht viele Bestätigungen von Jesus gebraucht. ihnen hat schon gereicht, dass der Engel ihnen gesagt hat, geht! Er ist nicht hier. Erzählt den Jüngern. Sie waren voller Freude. Darum möchte ich noch mal bei Lukas 24 weiterfahren und ich möchte darüber sprechen, wie Männer und Frauen unterschiedlich sind. Ich werde heute über Lukas 24, die Verse 36, die Verse 36 bis 39 sprechen. Bitte gehen Sie nachher. Gott. Während sie aber dies redeten, stand er selbst in ihrer Mitte und spricht zu ihnen, Friede sei mit euch. Sie aber erschraken und wurden von Furcht erfüllt und meinten, sie sähen einen Geist. Und Jesus sprach zu ihnen, was seid ihr bestürzt und warum steigen Gedanken auf in euren Herzen? Seht meine Hände und meine Füße, dass ich es selbst bin. Betastet mich und seht, denn ein Geist hat nicht Fleisch und Bein, wie ihr seht, dass ich es habe. Zu der Zeit waren seine Jünger zusammen und plötzlich war Jesus mitten hinter ihnen. Das Erste, was er sagte, ist, Friede sei mit euch. Aber in ihren Herzen waren noch ein bisschen Zweifel. Er wusste das und hat gefragt, warum zweifelt ihr? Berührt mich. Ich bin Jesus. Ich bin auferstanden von den Toten. Aber sie waren immer noch voll Angst und zweifelt. Dann sagt er, berührt mich. Sie haben ihn angefasst. Und als er dies gesagt hatte, zeigte er ihnen die Hände und die Füße. Als sie aber noch nicht glaubten vor Freude und sich wunderten, sprach er zu ihnen. Habt ihr hier etwas zu essen? Sie hatten immer noch Mühe damit, sich mit ihm zu freuen. Dreieinhalb Jahre lang hat Jesus mit seinen Jüngern gegessen und getrunken. Und jetzt will er nochmal ihnen zeigen, ich bin der gleiche Jesus. Darum hat er gesagt, habt ihr was zu essen für mich? Er wollte ihnen bezeugen, ich bin der gleiche Jesus. Dann nahm er ein Stück Fisch und hat mit ihnen gegessen. Er sprach zu ihnen, dies sind meine Worte, die ich zu euch redete, als ich noch bei euch war, dass alles erfüllt werden muss, was über mich geschrieben steht in dem Gesetz Mose und in den Propheten und Psalmen. Und er erinnert jetzt die Jünger daran, dass schon vor vielen, vielen Jahren die Propheten über ihn vorausgesagt hatten. Und dass sie vorausgesagt hatten, es müsste so geschehen. Warum könnt ihr das immer noch nicht glauben? Vers 45 Dann öffnete er ihnen das Verständnis, damit sie die Schriften verstanden und sprach zu ihnen. So steht geschrieben und so musste der Christus leiden und am dritten Tag auferstehen aus den Toten. Und in seinem Namen muss Buße zur Vergebung der Sünden gepredigt werden. Alle Nationen, anfangend von Jerusalem. Was ich euch heute sagen möchte, Jesus hat ihr Verständnis geöffnet für das geschriebene Wort der Bibel. Sie waren zusammen und sie hatten auch über Jesus gesprochen und haben dabei auch über das Wort Gottes gesprochen. Aber sie hatten nicht wirklich verstanden, was das Wort Gottes sagte zu dieser Situation. Aber Jesus ist so gnädig. Er hat sie nicht im Stich gelassen, seine Jünger. Und er wusste, die wollen mich eigentlich besser kennenlernen, die möchten mehr von mir wissen, aber da ist noch etwas, was blockiert. Und er selber hat diese Blockade weggenommen, indem er ihr Verständnis geöffnet hat für die Heilige Schrift. Was ich heute lerne daraus, Es ist okay, dass wir als Menschen, Männer und Frauen unterschiedlich sind. Die Männer, die Frauen sind sehr sensibel. Und sie sind sehr schnell darin, einfach zu Jesus zu rennen. Und sie sind sehr schnell darin, Beziehung zu bauen. Und sie sind schnell beim Weinen und auch schnell glücklich. Die Freude kommt so schnell und auch schneller als bei den Männern. Und ich habe in meinem Leben gelernt, dass Frauen es nicht mögen, lange zu diskutieren. Sie glauben einfach. Sie vertrauen einfach. Sie verstehen nicht viele Dinge. Sie verstehen nicht, aber sie vertrauen sie trotzdem. Aber aus dieser Situation hier lerne ich, wie Männer auch unterschiedlich reagiert haben hier als die Frauen. Wir mögen es zu diskutieren. Wir mögen es zu diskutieren. Wir wollen einen Beweis haben. Wir wollen die Dinge sehen, real. Das ist, weil Jesus versteht das. Okay. Für meine Jünger muss ich es ein bisschen anders machen. Ihre Augen sind noch blind. Ihr Herz ist auch noch verdunkelt. Sie haben zwar gelesen, aber verstehen tun sie noch nicht. Ich muss ihre geistlichen Ohren öffnen. Und ihre geistlichen Augen auch. Ich bin Jesus, jetzt esse ich mit ihnen. Ich bin der gleiche Jesus, ich spreche mit ihnen. Es hat Zeit gebraucht. Aber zu der Zeit hat Jesus entschieden. Ich will öffnen. Ihre Augen und Ohren, denn die sind meine Jünger. Und ich liebe sie. Sie sind in schwieriger Zeit. Sie zweifeln an mir. Darum muss ich jetzt was tun. Er hat ihr Verständnis geöffnet. Er hat ihre Augen geöffnet. Er hat ihre Herzen geöffnet. Und da haben sie die Schrift plötzlich verstanden. Wow. Es ist okay, in einem Prozess zu stehen. Vielleicht auch jetzt in der Situation draußen. Bist du auch in einer Situation wie die Jünger hier mit deiner Gruppe. Diese Gruppe ist vielleicht deine Familie. Wegen der Corona-Situation bist du in der Familie. Du hast an Jesus schon geglaubt. Vielleicht schon seit langem. Aber durch diese äußeren Umstände bist du vielleicht ein bisschen ins Zweifeln gekommen. Das ist okay. Kein Problem für Jesus. Weil Jesus ist immer noch da. Er hat dein Zweifel gesehen. Er ist mit dir. Er hat mit den jüngeren Fisch gegessen. Sie haben es nicht verstanden. Er will auch mit dir und deiner Gruppe essen. Mit deiner Familie. Vielleicht spürst du das nicht. Vielleicht weißt du nicht und spürst nicht, dass er bei dir ist. Wegen den Umständen, die draußen sind und uns unsicher machen wollen. Vielleicht wünschst du dir, ihn anfassen zu können. Und du hast den Eindruck, er ist weit, weit weg von mir. Nein, er ist nicht weit. Jesus ist bei dir. Sag ihm. Jesus, ich verstehe das nicht. Ich habe Zweifel in meinem Herzen. Ich diskutiere mit meinen Leuten. Ich diskutiere auch mit meiner Familie. Ich kann nicht rausgehen. Ich verstehe nicht, was jetzt passiert. Das ist okay. Du bist nicht alleine in dieser Situation. Über die ganze Welt sind viele Menschen und auch viele Christen in der gleichen Situation. Sie zweifeln. Das ist okay. Aber Jesus ist immer noch lebendig. Und wenn du ihn bittest, wird er deine Augen, dein Herz, deine Gedanken öffnen. Dich mit ihm beschäftigen. Schau mal, die Menschen hier. Es waren seine Jünger. Die sind nicht rausgegangen und nicht irgendwo hingegangen. Sie sind zusammengeblieben. Sie haben über ihn gesprochen. Oh, Jesus hat uns verlassen. Wir hatten so eine Freude. Jetzt ist er plötzlich weg. Was sollen wir jetzt tun? Und Jesus hat ihre Herzen gesehen. Wie verzweifelt sie ihn jetzt brauchten. Und er hat gesagt, jetzt will ich zu meinen Jüngern gehen. Es ist okay, Zweifel zu haben. In so einer Situation. In solchen Umständen. Auch seine Jünger hatten viele Zweifel. Warum nicht du und ich? Aber er ist ein sehr barmherziger Gott. Und er liebt dich so sehr. Und er liebt auch mich so sehr. Er hat die Augen der Jünger geöffnet. Er wird auch deine und meine Augen öffnen. In dieser Zeit. Wenn wir nicht alles verstehen. Heißt das nicht, er ist weit weg von uns. Er wird unsere Augen öffnen. Er wird unsere Herzen öffnen. Unsere Gedanken. Und die Zeit wird kommen, wo die Tür öffnet und wir rausgehen, wenn Corona-Virus weg ist. Es gibt für alles die richtige Zeit. Für alles gibt es die richtige Zeit. Bei Noah gab es eine Zeit. Und für dich und mich gibt es auch eine Zeit. In dieser Situation. Hat er Zeit. Er hat eine bestimmte Zeit. Ohne sein Erlaubnis können wir nichts tun. Darum lesen wir jetzt noch Vers 47 bis 49. Und in seinem Namen soll Buße zur Vergebung der Sünden gepredigt werden. Allen Nationen. Anfangend von Jerusalem. Ihr seid Zeugen hiervon. Und siehe, ich sende die Verheißung meines Vaters auf euch. Ihr aber bleibt in der Stadt, bis ihr begleitet werdet mit der Kraft aus der Höhe. Wenn er unsere Augen öffnet, wir können rausgehen und den Leuten erzählen. Jesus ist immer noch in Kontrolle. Er gibt dir und mir extra Zeit, um unsere Schuld zu bekennen. Weil er alle Menschen liebt. Viele Menschen da draußen sind auch im Zweifel. Und er möchte auch ihnen begegnen, auch ihre Herzen, Gedanken öffnen. Durch dich und mich. Wart noch. Bis seine Zeit kommt. Er liebt dich so sehr. Hab keinen Stress. Kämpf nicht selber. Lass ihn für dich kämpfen. Lass ihn die Tür öffnen. Lass ihn auch die Tür öffnen, um rauszugehen. Du wirst seine Barmherzigkeit kennenlernen. Und auch die Menschen draußen werden seine Barmherzigkeit und Gnade kennenlernen. Er wird dich wunderbar gebrauchen. Aber warte, bis er gesprochen hat. Und wenn du nichts verstehst, bitte ihn. Bitte öffne du mein Verständnis, mein Herz. Er ist immer bereit, dich zu hören. Er ist bei dir. Er hat dich nicht vergessen. Gott segne dich, everybody. Der Herr segne dich. Amen. Amen. Vater, wir danken dir. Wir preisen dich. Du hast die Augen, das Herz, das Verständnis der Jünger geöffnet. Und du wirst auch von allen Menschen in dieser Zeit öffnen. Da, wo wir Sachen nicht von dir verstehen. Aber wir sehen jetzt, dass du die richtige Zeit für alles hast. Du hast deine Zeit festgesetzt. Hilf uns, dir zu gehorchen. Und zu warten, bis du die Tür öffnest. Ohne deine Erlaubnis wollen wir nichts tun, Herr. Verdecke uns durch dein Blut. Und decke uns auch zu durch deine Gnade und deine Liebe. Und wenn deine Zeit kommt, gebrauche uns auf wunderbare Weise. In Jesu Namen beten wir. Amen. Amen. Amen.